willkommen zurück zu einer weiteren folge far cry new dawn für die playstation pro und wir haben den tunnel erreicht beim letzten mal gucken jetzt mal wohin der führt denn wir müssen zurück zu hope county deswegen und da die mutter von der tante finden mit der wir gerade hier rumlaufen die direkt rein einige stunden später wir sind fast da da ist es ich hoffe man geht es gut ja okay und dieser riesig eigentlich mal gespannt wie gut es den geht diese versuchten den angesichts der bedrohung durch highwayman zusammenzuhalten kim ray kim ray ist die anführung von prosperity okay wir werden wahrscheinlich treffen hoffe ich zumindest ich habe mir solche sorgen gemacht für kinder geht wieder rein ich komme gleich es kam ein zug voller leute die uns helfen aber die highwayman sie haben alle anderen sind tot ja scheiße natürlich blöd tut mir nicht hingehen soll mal mich was sollen wir denn jetzt machen ach hättest du gar nichts tun können ich weiß es nicht ich meine es wird keiner mehr kommen wir sind allein ganz allein kommt erst mal beide rein ich höre mir alles in ruhe an danke dass du sie nach hause gebracht hast also bin ich gentleman immer bis zur tür Teil 1 Prosperity na na Oh, bitte. Das stimmt. Alles andere würde nicht mehr funktionieren. Sie ist ja anscheinend genauso. So, hier ist unser Stützpunkt sozusagen. Ein paar hier noch Notizen. Okay. Was ist das? Zuhause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir zu förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen. Da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Okay. Ähm. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Exelie Kleidung. Ja. Cool. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zum Charakteranpassung kommen. Okay. Also wie soll ich aussehen? Wie sehe ich denn aus in echt? Ich sehe ja viel geil aus, dass alle, die hier drin sind. Hören wir ihn mal hier. Oh, ein bisschen dunkler bin ich schon. Bitte stehen, diese Auswahl ist endgültig. Kann später brauche ich nicht ändern. Oh Gott, rechts, das sieht mit der Haare aus wie Michael Myers. Okay, meine Haare. Wie sind meine Haare? So schleimige Haare? Nein. Oh, ich so eine Dödelfrisur. Das kommt schon so ein bisschen hin. Kommt sogar noch besser hin. Wie machen wir das hier? Sieht doch nett aus. Oh, coole Klamotten. Schau mal hier was. Wir haben so ein bisschen eine Freizeit-Junkie, ne? Hier, zack. Die Hosen. Na, komm mit dir. Gut. Bestätigen. Neun Charakter entdeckt. Roger, cut the red. Roger, cut the red. Hallo. Hallo, Sir. Wir reden. Schieß los. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Okay. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen aus dem Posten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Bring mir hin. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bringen sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Cool. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut. Dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. Cool. Jetzt noch ein bisschen mehr, Frieden um dir. Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss. Die Highwaymen haben meinen Vater. Mom und ich haben ihn seit Monaten nicht gesehen. Keine Ahnung, wo er ist. Um ehrlich zu sein, war das ein Hauptgrund, warum ich zu Rush gegangen bin. Ich liebe meinen Vater. Er soll nach Hause kommen. Überall verlieren Leute geliebte Menschen. Und deswegen werde ich nicht aufhören. Nicht bevor die Highwaymen erledigt sind. Okay. Oh, hey. Du bist dieser Captain aus dem Zug, ne? Wenn ich... So, das hier sind wahrscheinlich Bonus-Missionen. Ich hab gehört, Wade Fowler wollte ein neues Tierheim in der alten Kirche da hinten aufmachen. Man munkelt, ihm wäre etwas zugestoßen, aber vielleicht gibt es da noch Vorräte. Gut. Also, haben wir schon mal eine Nebenmissionen bekommen? Mal kurz zur Werkbank hier. Vielleicht können wir ja noch ein, zwei Waffen bekommen. Läufe haben wir. Wir können keine Waffen bauen. Doch, hier. Ne, können wir nicht. Brauchen wir eine neue Werkbank für. Okay. Haben wir Beute? Ne, haben wir nicht. Kampfvorräte haben wir auch ein bisschen was. Okay. Gehen wir mal zu einer Kartografin da oben. Kartografie. Aktuell Karten zum kaufen. Okay, dafür brauchen wir Altenol. Also müssen wir erstmal Altenol kaufen, äh, besorgen. Kauft mal haben wir ja. Gehen wir an die Arbeiten. Schönen Tag, was? Schön, dass du es geschafft hast. Gehen wir mal kurz noch hoch. Da ist irgendwas oben. Okay, das ist eine Nebenmission. Unter Tape. Okay, das machen wir noch. Aber jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte gucken, glaube ich. Gucken, wo wir hin sollen. Okay. Gut. ach so wir müssen einmal die mission auswählen sonst wird das alles nicht so wir wollen ja nein und die hauptmission machen also machen wir bretter rush aus dem kohleberg weg und sie nehmen wir ja mit raus ein auto kriegen wir wahrscheinlich noch nicht aber vielleicht finden wir ja eins wir freuen wir erst mal wie knapp zwei kilometer und ist ein scheiß bulle okay das ist ein bulle der nicht töten kann glaube ich der schwachstelle an der seite würde ich sagen den können wir nicht töten quatsch wo den haben wir jetzt mal ab wo kamina kommt hinterher den können wir nicht kennen das zu stark wurde nur sehen ob ein tier töten kann aber ich glaube das ist schon ja gut mir doch egal ob sie jetzt mit kommt oder nicht wenn sie jetzt stirbt dann ist es halt so wir gehen dahinten hin gut das war ein stein zu abgeben kommen werden aber noch so dabei nübbel nübbel nicht schlecht ist nicht so laut wenn wir hoch brauchen schon eng an die gerätschaft für sich hoch zu handeln die haben wir doch nicht warum denn so ein kletterhaken oder sowas hier ist auch ein anderen teil bekommen naja wir finden auto auf jeden fall hinten das wird eines tages noch nützlich sein das wird das wird dann die gerätschaft für den die gerätschaft für den Hey Cap, die Highwaymen zu bekämpfen ist kein Kinderspiel. Wenn du dich einer Übermacht gegenüber siehst, kannst du bessere Waffen mit Ressourcen herstellen. Du findest sie in Hope County. Und vergiss nicht, die Leute in Prosperity helfen dir so gut sie können. Wir werden dich nicht enttäuschen. Die Highwaymen haben überall im Land Gruppen und ab und zu unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferungen. Wenn du ein Flugzeug siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen. Es ist ein Wettlauf darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Und auch ein Kampf. Okay, also wir haben... Ich glaube, das ist geil, seit wir gerecht haben. In Hope County gibt es viele Leute, die bereit sind zu handeln. Für viele von uns ist das die einzige Möglichkeit zu überleben. Wenn du Leute mit Rucksäcken herumlaufen siehst, kann es nicht schaden nachzufragen, was sie dabei haben. Oder was sie dir für deine Sachen geben würden. Ist das ein Care-Paket? Oh, das ist ein Viech. Ich hoffe, du kannst nachladen. Und noch ein Schwein. Oh. Okay. Mein Gott, wie viele Schweine kommen denn da? Was ist denn das denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, plündern wir die Scheiße hier. Ah ja, muss man lange plündern, aber es ist bestimmt auch gut drin. Ethanol auf jeden Fall. Schon mal gut. Gut, komm, wir müssen jetzt den Typen noch befreien. Hier vorne war noch ein kleines Wegelchen. Oder steht denn noch hier? Bei uns sind gerade geklaut hier, den wir eigentlich hier stehen hatten. So ein Spacko. Na gut. Mal weiter in die Richtung. Teilen wir uns ins nächste Auto. Ist da hinten ein Fuchsbau oder was soll das bedeuten? Dann gehen wir hier durch. Mal schauen, was das bedeutet da oben, dieses Ding. Kannst ja auch alles erforschen hier ein bisschen, ne? Kannst ja auch alles erforschen ein bisschen, ne? Ein Problemlöser ist jeder, der mich satt und betrunken macht. Cap, berichten zufolge haben die Highwaymen Leute, die Leichen plündern. Das sind Feiglinge, die beim ersten Anzeichen von Ärger wegrennen. Wenn du welche siehst, mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin sein, was du gebrauchen kannst. Ja schon. Gut, komm, nimm uns ins Fahrzeug, dann können wir besser fahren. Wir werden schneller fahren. Fahren wir los. Bist du drauf? Ah, okay, da sitzt sie. Gut. Dann fahren wir. Dann fahren wir. Wenn du stehst, dann kommt noch mehr. Was für Türme sind hier? Wahrscheinlich irgendwas... Oh, ich hab den erschossen! Ah Mist! Ach, scheiße! Hab ich nicht gesehen, dass ich ein Unschuldiger war. Wollte ich gar nicht. Ja, ich werde wahrscheinlich dauern, bis ich hier hochkomme. Ich höre nicht aus, bitte alle tot sein! Na? So, wir müssen da irgendwie hochkommen, glaube ich. Hab schon Schlimmeres erlebt. Da kommen wir nicht einfach so hoch. Noch nicht. Ein paar Material Sachen nehmen wir mit. Ja gut, also ich glaube, das können wir später machen. Können wir jetzt noch nicht machen. Macht ja aber nichts. Okay, ich bin dabei. Gut, fangen wir jetzt mal da hin. Und auch mal hinkommen da, wo wir hinwollen. Das ist das Experiment, was man gemacht hat. Im fünften Teil. Legt euch nicht mit den Bienen an! Verdammt noch mal! Da ist der irgendwo in irgendeine Zeit gereist. Da ist der irgendwo in irgendeine Zeit gereist. Oh! Nein! Das Leben klammern! Vielleicht kann sie mich nochmal retten hier oben. Achtung! Das Ding rennt! Ist natürlich cool, wenn sie nochmal kommen würde. Sonst sind wir hier wirklich am Arsch. Na komm hier hoch! Kamina! War ich noch 40 Meter weg von mir. Die ganze Hütte brennt! Wette mich! Schade, schade! Boah, ich hoffe wir müssen jetzt nicht ganz wie am Arsch der Welt anfangen. Aber anscheinend schon. Aber es speichert nicht zwischen oder so, ne? Bleib auf der Hut! Fein voraus! Ach doch! Genau hier! Das ist super! Okay, müssen wir gucken. Vielleicht kann man uns auch anschleichen da. Eine bessere Möglichkeit. Feiner fass den Dienstlocker! Ich kann hier nicht bleiben! Rücke vor! Die Highwaymen fahren Trucks voll beladen mit Ethanol durchs Tal und liefern Treibstoff an ihre Außenposten und Werkstätten. Du kannst ihre Versorgung unterbrechen, indem du sie hochjagst oder noch besser, indem du sie kaperst. Bring ihre Trucks nach Prosperity oder zu irgendeinem Außenposten, der uns gehört. Okay. Hey, hey, hey. Der macht dir aber auch echt gut kalt, ne? Hier sind wir noch mehr. Ich glaub nicht. Highway-Montiz. Das Problem ist jetzt nur, dass diese komische Blitzscheiße kommt und die Bunkertür blockiert, die genau vor uns liegt. Der Tag will endlich rausfinden. Okay. Ah. Dann müssen wir eigentlich mal dieses Blitzding kaputt kriegen. So sammeln wir die ganze Scheiße ein hier. Wenn die beschlossen sind. Er kommt hoch. Muss er hier abstellen? Der war ein bisschen verrückter, der coole Larry. Den trifft man auch eher im fünften Teil. Und da reist er nämlich weg. Man weiß nicht wohin er reist. Reist er irgendwie in Zukunft oder in die Dings? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann müssen wir die Scheiße jetzt irgendwie ausmachen hier wahrscheinlich. Okay. Oh, keine Ahnung. Das gibt es wohl auch mal hier. Im Suchgebiet, ja. Das muss man doch irgendwie zerstören können da. Oh. Diese Schlange. Dann mal wir können mal ganz kurz gucken, was da drin stand. den notizen haben maschinen der gerne punkt finde einen weg in einem bunker ja vielleicht doch machen indem wir kurz Ich bin da an dem Weg in den Bunker. Hi. Hallo. Ich habe drei Highwaymen einen Hund jagen sehen. Der kleine Kleffer hat drei von denen fies gebissen, bevor sie ihn einfangen konnten. Er wird da drüben in der Schlachterei landen. Ich denke, dieser Hund verdient einen Hinrichtungsaufschub. Ja, aber jetzt gehen wir erst mal in den Bunker her, klar. Kann ich da irgendwas abschießen? Koppelschießen? Hm. Ach, das haben wir dran. irgendwie müssen wir in den Bunker rein, aber wie? Okay, das war der falsche Ding. Steht denn hier so? Dieses Haus ist der letzte Ort, den wir durchsuchen müssen. Ob wir die Maschine ausschalten können. Und hier keine Ahnung, wie man da reinkommt. Die Tür ist von innen mit Kettenverrägelt. Ich sehe das Schloss durch das Gitter auf dem Dach. Hat irgendwie genug her, um einen Weg hineinzubringen? Lass mich spielen. Wir gehen aufs Dach. Kann man da eigentlich reinschießen? Ach, guck mal da. So. Hm. Öffne. Hotel, ich brauche irgendwas zu öffnen. Ich kann den Strom erstellen. Wollen wir mal in den Bunker reingehen? Okay. Oh. Durchdrehen abgeschlossen. Na ja, immerhin eine Mission abgeschlossen. Könnte man hier genug Sachen zum Bauen später? Schau mal an hier. Früher gab es eine Menge Präser in Hope County. Die sind links fort, aber ein paar ihrer Schätze sind noch irgendwo vergraben. Mein Tipp? Lass dir das nicht entgehen. Da sind bestimmt einfach nützliche Dinge. Klar, wir haben alles mit, was nicht nützlichen Nagelfest ist. Okay. Test. Eins, zwei, drei. Test. Wow. Kaum zu glauben, dass Darius Zeug noch funktioniert. Obwohl eigentlich schon klar. Der wusste halt, was er tut. Ich weiß noch, wie er das ganze Zeug gebunkert hat und meinte, er braucht das für eine Reise zum Mars. Oh Larry, ich frage mich, was aus dir geworden ist. Ah, der ist wahrscheinlich tot. Gut, da kommen wir in die Sales, kommen wir jetzt noch nicht rein. Da brauchen wir noch was für. Aber wir haben schon recht gut. Oh, was ist das denn hier? Gott, es hat keinen Zwerg. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Maschine oben ist plötzlich verrückt geworden. Ich kann diesen Brugger nicht mehr verlassen, um lebendig gebraten zu werden. Das eine Mal, als ich meinen Kopf rausgeschickt habe, waren überall Highwaymen. Er ist nach mir totale Bauchschmerzen, weil mein Kumpel noch oben ist. Aber ich werde diesen Mörder ganz bestimmt nicht wissen lassen, dass ich hier verstecke. So eine Scheiße, so eine verdammte Scheiße. Ich hätte niemals auf Parkas Zeug vertrauen sollen. Ja. So, wir gehen wieder raus. Gut. Schnappen wir unser Fahrzeug und dann eiern wir nochmal jetzt hin und versuchen, den guten Mann zu retten. So, ein Kilometer entfernt. Und wir laufen dahin. Ja, Leute, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020